Hallo, ich bin Direktiv Lene und ich habe heute einen Fall bekommen und der muss hier irgendwo sein. Ah, ich könnte hören. Oh gut. Ja, hier irgendwo. Und ich bin Anfängerin. Und hier. Oh shit. Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich rufe Marcella an. Was heißt das? Ich rufe jetzt Marcella an. Geh dran. Geh dran. Hallo, ich bin sein Arbeitskollegin. Ah, hi Lena. Ähm, wie bist du? Ja, ich bin gerade dem Fall nachgegangen und da habe ich jetzt im Garten eine Leiche gefunden. Und wo? In Piep. Okay, ähm... Wir treffen uns. Wir treffen uns am Piep. Ja, ja. Okay. Tschau. 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 Okay. Hoffentlich kommt sie bald. Oh, Mann. Wo bleibt sie? Hi. 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 Und wie geht's? Scheiße. Komm mit. Gleich mal die Leiche. Gleich da vorne. Okay. Scheiße. Wo ist die hin? Was ist das für ein Zettel? Scheiße. Ich hab... Ich hab... Ich hab sie umgebracht. Diese Maske bedeutet, ich werde dich auch umbringen. Was ist das für Scheißzeichen? Keine Ahnung. Warte mal. Ich schau kurz. Ja, was hältst du davon? Marcella. Ja. Jetzt ist deine Freundin dran. Dreh dich nicht um. So ein Scheiß.